Ja, ich hoffe, alle können mich sehen und hören. Dann sage ich herzlich willkommen zu unserem virtuellen Skipper Training für Monohals und im Namen von der Blue to the Sailing Academy dann der Into the Blue, die verantwortlich ist für alle Skipper Trainings, die wir in Bunat ausführen und veranstalten. Da haben wir praktische Trainings, Prüfungen und auch die Skipper Trainings. Und ganz neu, wir haben in Zukunft auch einiges vor. Wir werden ein paar interessante Projekte mit der Firma Blue Charter machen. Die Aline oder der Thomas sind, glaube ich, eh schon sichtbar, habe ich da jetzt rechts gesehen. Ich hoffe, alle können mich soweit verstehen. Ihr könnt es einmal ruhig reinposten, ob der Ton und ob Bild soweit klar ist. Dann würde ich sagen, haltet man es nicht lang auf und stürzt man es in die Materie. Wir haben ganz interessante Sachen vorbereitet. Ihr bekommt 90 Minuten geballte Informationen. Alles, was wir bei unseren Skipper Trainings in Bunat eigentlich jedes Jahr immer verbessern. Wir kommen auch nach acht Jahren noch immer auf Techniken drauf. Und natürlich für Charter Firmen ist es ganz wichtig, wenn die Boote natürlich heil wieder zurückkommen. Also nicht nur die Boote, sondern dass ihr als Crew gesund zurückkommt und die Boote auch nicht beschädigt sind. Das heißt, ganz kurz vorgestellt, die Blue to, die ist verantwortlich eben für die ganze Struktur, für die Learning Apps und der Julian und die Linda, die managen das Training live vor Ort und der Christian Kagel, das ist unser Sicherheitsexperte für die World Sailing Safety Trainings. Und wer wirklich heute durchhaltet, der kriegt am Ende des Trainings einen Rabattcode und ihr könnt alle Apps der Pluto um 25% kaufen. Dieser Code wird am Ende eingeblendet. Ganz wichtig, was wir gesehen haben, ich werde mich jetzt ein bisschen verkleinern, damit ihr da den Bildschirm seht. Was für uns ganz wichtig war, dass viele Leute zu uns zu den Trainings kommen und sagen, ja jetzt fangt schon wieder mit den Basics an. Ich weiß, ihr alle, die zuschaut, ihr habt die Basics wahrscheinlich schon gehört. Aber wir merken, dort haben wir die größten Probleme. Dort werden die meisten Fehler gemacht. Und ihr könnt mir glauben, dass oft kleine Dinge große Auswirkungen haben, die ein Manöver zum Beispiel beeinflussen und ein Manöver geht dann schief und dann habe ich Schaden verursacht. Und das wollen wir verhindern. Deswegen werden wir ein bisschen die Basics wiederholen, damit ihr auch wisst, welche Techniken kann ich beim Schief einsetzen. Und da geht es wieder einmal um den Radeffekt. Ganz kurz nur, wie der Radeffekt aufgebaut ist. Schauen wir uns jetzt an. Der Radeffekt, den kann man nicht so einfach ausschalten oder sagen, ja, ich brauche ihn nicht. Wenn ich zum Beispiel ein Schiff habe und viele Schiffe haben linksgängige Schrauben, das sind meistens Fabrikate, Bavaria, die haben Volvo Penta verbaut. Dort dreht sich die Schraube in Vorwärtsfahrt nach links und in Rückwärtsfahrt dort, wo ich abbremse. Genau hier passiert es. Schauen wir mal, hier dreht sich jetzt die Schraube nach rechts und hier habe ich eine sogenannte Wassersäule und die kann, wenn ich den Propeller sehr groß habe, wenn ich einen Wellenantrieb habe, kann diese Wassersäule stärker und größer werden. Und wenn ich jetzt von oben drauf schaue, sehe ich, jetzt wird das Heck nach rechts versetzt. Und jetzt könnte man es glauben, gerade Anfänger, die werden merken, jetzt dreht sich das Schiff, wissen vielleicht gar nicht warum, und es dreht sich natürlich dorthin, wo eine Muring hängt. Ja, es ist ja immer so. Und es gibt aber auch Schiffe mit rechtsgängigen Schrauben, das sind meistens französische Schiffe, Chano, da ist das Ganze umgekehrt, da würde sich das quasi das Heck, wenn ich da auf die Seite gehe, hier nach links, nach Backbord drehen. Und dieser Effekt, den können wir aber auch nutzen. Und das wollen wir euch zeigen. Und zwar in Verbindung mit diesem Effekt, das ist nämlich der anströmendes Ruderplatzeffekt. Viele werden mir bestätigen, wenn sie als Anfänger Schiffe buchen, mir ist es selber so gegangen, dann habe ich diese Schiffe immer so ausgesucht, das muss ein Buchstahlruder haben. Weil das hat mir die Sicherheit gegeben, jetzt kann beim Hafenmanöver nichts mehr schief gehen. Das ist aber leider nicht so. Ja, das Buchstahlruder ist elektronisch bei vielen Schiffen nicht stark genug. Und vor allem, wenn Wind aufkommt, wird das Buchstahlruder nicht helfen. Aus diesem Grund, machen wir alle unsere Hafenmanöver, egal mit welchem Schiff von 40 bis 50 Fuß, ohne Buchstahlruder. Wenn ihr mich jetzt fragt, ja verwendest du das Buchstahlruder? Natürlich verwendest ich es. Ich werde als Backup alles einsetzen, was mir nützt. Und da gehört das Buchstahlruder natürlich auch dazu. Aber ihr müsst das Manöver lernen ohne Buchstahlruder. Und das, was ganz wichtig ist beim Buchstahlruder, das ist jetzt, wenn man von oben drauf schaut, also wenn ich jetzt so her schaue und ich gebe einen Gasimpuls. Ich werde diesen Gasimpuls heute beim Vortrag noch öfter hören. Ein Gasimpuls ist circa drei Sekunden, circa 50, 60 Prozent Gas und dann auf Leerlauf zu gehen. Und wenn dieses Wasser hier an das Ruderblatt kommt, bekomme ich eine Drehung im Schiff. Und der Vorteil ist, diese Drehung kann ich mit Motor steuern und brauche keine Batterie, so wie beim Buchstahlruder. Und der Wasserschwall, der geht jetzt hier aufs Ruderblatt und das Heck geht auf die Seite. Ihr seht es da links. Ja, hier ist es nicht ganz so klasse. Das ist nämlich ein Doppelruder. Ich werde heute beim Vortrag immer wieder auf das Doppelruder eingehen. Ja, weil in Kroatien ist so, Bavaria hat so ab 2010 mit den Doppelrudern angefangen. Bis 37 Fuß gibt es Doppelruder. Und da muss man ein bisschen die Manöver, die Technik umstellen. Deswegen wäre ich das heute ein bisschen mit einfließen lassen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ruhig in den Chat reinschreiben, dann werde ich auch versuchen, Fragen zu beantworten. Gut, jetzt schauen wir uns diese zwei Techniken einmal an. Die Technik, das sogenannte Turning on the Spot oder Drehen am Teller, weil wir in Deutschland und Österreich sagen, das ist im Grunde eine Technik, wo ich diese zwei, also Radeffekt und Anströmen einsetze. Wir wissen, wenn das Boot eine linksgängige Schraube hat, das heißt, das ist zum Beispiel eine Sampium 45, dann wird das Heck in der Rückwärtsfahrt hier nach Steuerbord drehen. Und jetzt nütze ich im ersten Schritt einmal Anströmen des Ruderplattes. Das heißt, Fahrt raus, Rudereinschlag. Ihr seht, der grüne Pfeil, das ist beim Simulator so, da wird visualisiert, welche Kraft das Heck jetzt hier nach Steuerbord dreht. Und jetzt ist wichtig, Leerlauf und das Boot drehen lassen. Ich habe da viele Schüler gehabt, die immer vor, zurück, vor, zurück. Und jeder wird mir bestätigen, ja, nämlich die Eigner vor allem. Ich möchte mein Getriebe schonen. Das heißt, einmal vor und dann auf Leerlauf und jetzt lassen wir das Boot drehen. Schaut, das Boot dreht sich. Und erst wenn ich merke, dass der Platz hier enger wird, jetzt hole ich den Retourgang. Und jetzt hilft mir der Radeffekt. Erstens, er stoppt das Boot auf und der Radeffekt dreht in die gleiche Richtung. Und somit haben wir das Boot mit einmal Vorwärts-Push und einmal rückwärts um 180 Grad gedreht. So soll es funktionieren. Alles andere schadet dem Getriebe. Ihr kennt das ja, die Getriebe-Gedenksekunde. Das heißt, von vorwärts zuerst auf Leerlauf, dann einmal schnaufen und dann kann man weitermachen. Die Kupplungen sind so, wenn sie dann einmal nicht mehr so greifen, ist das auch gefährlich, wenn man zu schnell umschaltet, weil die Kraft zum Abstoppen dann teilweise fehlt. Jetzt schauen wir uns das einmal in live an. Schaut es einmal. Das ist jetzt eine Elan. Ihr werdet es auch sehen, dieser Push dieser drei Sekunden. Den sieht man wunderschön im Wasser. Jetzt wird gepusht. Jetzt ist Leerlauf drinnen, das Boot dreht und jetzt wird es sehen, jetzt kommt das Retourgas, das Boot bleibt stehen und der Radeffekt zieht das Boot jetzt in diese Richtung und so kann ich quasi hier das Boot fast an der Stelle umdrehen. Jeder der Cut-Fahrer ist, wird sagen, naja, das richtige Drehen am Teller, das geht nur beim Cut und da hat er recht. Der Mono wird nicht ganz auf der Stelle drehen, aber man kann sehr gut auf engen Raum navigieren, wie ihr gesehen habt. Und jetzt gehen wir einmal dazu, dass wir gewisse Basics kennenlernen und das ist auch so ein Lifesafer. Wir fangen immer an, bei den Trainings einmal das Boot kennenzulernen und das Erste, was man merkt, ist, dass wenn ich voll einschlage und etwas mehr Gas gebe, dass so ein Segelboot schon einen sehr engen Radius hat. Das erstaunt viele. Und dann kommt die nächste Frage von mir, die heißt, wie kann ich denn diesen Radius jetzt noch viel enger machen? Und das ist ja genau dann wichtig. Stellt euch vor, Tankstelle. Ihr habt eine Warteposition, ihr fahrt gerade einen Kreis und plötzlich kommt da ein Schiff und ihr müsst diesen Kreis jetzt enger machen. Das, was ihr nur machen müsst, ist Gas auf Leerlauf. Ihr braucht es noch gar nicht auf rückwärts gehen. Sobald nämlich das Gas auf Leerlauf ist, bleibt die Drehung im Schiff, während aber der Vortrieb wegfällt und ihr habt sofort eine enge Kurve. Das heißt, viele antworten auf die Frage, ja, ich gebe mehr Gas. Überlegen dann und sagen, nein, ist eigentlich ein Blödsinn, weil bei mehr Gas habe ich ja mehr Fliehkraft. Kann die Kurve nicht enger werden? Und das ist jetzt der Lifesafer. In Rückwärtsfahrt ist das noch viel extremer. Und ihr werdet sehen, in der Marina fahrt ihr ja permanent rückwärts, also 80, 90 Prozent. Das heißt, man dreht draußen um und fährt dann rückwärts zum Beispiel hier in diese Boxengasse. Und beim Rückwärtsfahren ist es wirklich eklatant. Ihr wollt eine enge Kurve machen und wenn man dann einen kurzen Push gibt und dann auf Leerlauf, dreht das Schiff wirklich auf der Stelle. Und das ist jedes Mal ein Aha-Erlebnis, wenn die Leute das bei uns auf den Schiffen sehen. Und jetzt schauen wir uns das einmal live an. Wir haben mit einer Drohne gefilmt. Ihr seht, jetzt kommt der Leerlauf rein und ihr werdet sehen, wie schnell der Vortrieb weg ist und das Boot quasi auf der Stelle dreht. Und das ist dann auch bei den Leuten, die sagen, ja, das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Und wenn man das dann bewusst einsetzt, ist das eine wirklich super Technik. So, und jetzt schauen wir uns noch einen typischen Anfängerfehler an. Jetzt haben wir ja schon einiges gelernt. Ihr wisst, da haben wir eine linksgängige Schraube. Was wird denn passieren, wenn wir hier unser Boot aufstoppen? Jetzt werden alle mitdenken und sagen, naja, das Heck wird sich hierher drehen. Jetzt habe ich aber Wind. Schaut mal, 24 Knoten Seitenwind. Das ist nicht wenig. Und ich kenne viele Marinas, die ab 20 Knoten die Marina sperren. Also 24 Knoten ist anständig. Und jetzt überlegt es einmal. Solange das Boot fährt, habe ich einen wunderbaren Lateralplan. Je größer dieser Lateralwiderstand ist, desto stabiler wird das Boot fahren. Und jetzt kommt der Satz, ja, da musste ich mich schon einigermal rechtfertigen. Ich sage nämlich, bei so viel Wind, Geschwindigkeit gibt Stabilität. Das heißt jetzt nicht, dass ihr da mit 7, 8 Knoten in die Marina reinfetzt, aber nicht mit Standgas. Weil sobald ihr hier zu langsam fährt, wird dieser Lateralwiderstand zu klein und der Wind kann angreifen. Beim Katamaran ist das noch viel schlimmer, weil der Katamaran ja keinen Kiel hat. Und jetzt schaut's, jetzt haben wir zwei Gegner. Der Radeffekt zieht uns her und der Wind wird dem Bug auch in die gleiche Richtung. Und das ist so ein richtiger Kapitalfehler, den man als Anfänger machen kann. Schaut's einmal, jetzt sind wir noch stabil. Sobald wir jetzt auf Leerlauf gehen, jetzt bremst man, jetzt habe ich den Radeffekt hier und der Wind greift sofort auf den Bug. Und so schnell kann man nicht schauen, steht das Boot in dieser Boxengasse quer. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo ein Anfänger sich von einem Fortgeschrittenen unterscheidet. Der Fortgeschrittene sagt, alles cool, da komme ich schon wieder raus, weil er weiß, was er tut. Der Anfänger kommt jetzt möglicherweise in einem Blackout. Und da wird's am Ende des Videos sehen, wie ein armer Skipper einen totalen Blackout hat und eigentlich mehr Schaden verursacht, weil er fährt, als wenn er stehen geblieben wäre. Also ganz wichtig, solche Situationen vorher schon bedenken. Woher kommt der Wind? Also das ist ein typischer Fehler, der immer wieder passiert. Und jetzt schauen wir uns einmal so eine Technik an. Wir sagen zu dieser Technik das Vorhaltemanöver. Und zwar, wenn ihr euch angewöhnt, jedes Mal, wenn das Schiff abgestoppt wird, egal ob hier in der Boxengasse oder bei einer Tankstelle, dann wird's ihr automatisch vorhalten. Jetzt schauen wir einmal an, wenn ich das Vorhalten nicht mache. Ihr fahrt da rein, ich gehe noch ein bisschen vor. Jetzt kommt plötzlich ein Boot entgegen. Der Profi würde sagen, das ist ja kein Problem. Ich habe E-Defender auf der Seite, ich fahre ganz langsam vorbei. Der Anfänger wird in dieser Situation sagen, stehen bleiben. So wie beim Auto. Wenn beim Auto irgendwas ist, bleibe ich mit dem Auto stehen, weil dann kann nichts passieren. Ist da natürlich nicht zu empfehlen. Aber schauen wir mal. Wenn ich jetzt das Boot aufstoppe, da wird's ihr alle sagen, naja, das Heck wird jetzt da Richtung Katamaran gehen. Ja, also es wird da knapp werden. Und genau das passiert auch. Und wenn aber der Radeffekt einsetzt und das Boot steht, dann kann ich mit dem Ruderblatt machen, was ich will. Es wird sich das Boot nicht bewegen. Ich kann es nicht mehr steuern. Und dann sitze ich da schon in der Mooring drinnen. Und jetzt zeige ich euch, wie das Vorhaltemanöver geht. Und ich werde sehen, wenn ihr das dann anwendet, das geht ins Blut, wie man so schön sagt. Gleiche Situation. Ich fahre da hinein. Jetzt kommt wieder unser Boot. Und jetzt weiß ich, als sagen wir nicht mehr Anfänger, ja, das Heck geht ja in diese Richtung. Das heißt, ihr werdet beim Bremsen ganz einfach das Ruder nach Steuerbord legen und jetzt bremsen. Seht ihr, was passiert? Das Heck schert da raus. Der Radeffekt zieht es wieder in die gerade Position. Ruderblatt wird angeströmt. Und ich kann wieder rückwärts rausfahren. Kurze Frage, ist der Ton soweit okay? Videos passen. Gibt es mir vielleicht noch Hands-up, dass ich mitkriege, ob alles ordentlich läuft? Gut. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in live an. Schaut es einmal. Und zwar das erste Mal, das ist jetzt eine Bavaria 40. Das erste Mal mache ich das Manöver jetzt ohne Vorhalten. Schaut es einmal. Das Ruder bleibt hier oben gerade. Das ist ganz links oben die Kamera. Jetzt bremse ich. Ruder bleibt gerade. Ihr werdet sehen, jetzt setzt der Radeffekt ein. Nämlich genau in diese Richtung. Boot steht noch immer. Boot steht noch immer. Jetzt langsam bekommt das Boot Fahrt. Jetzt könnte ich mit dem Ruder ausgleichen. Aber ich bin schon sehr knapp hier. Und deswegen brechen wir ab. Tipp. Wenn immer ihr euch als Skipper oder Skipperin fragt, komme ich drüber über den Murring oder nicht? Heißt das Ergebnis Abbruch. Sobald ihr die Frage im Kopf habt. Es nutzt euch nichts, dass man nachher sagt, bin ich drüber gekommen? Jeder, der da schon einmal in einer Murring gehängt ist, wird mir recht geben. Wenn ihr das Gefühl habt, es geht sich nicht aus, dann brecht das Manöver ab. Und jetzt machen wir das Gleiche mit vorhalten. Wir sehen, wo der entscheidende Vorteil ist. Achtet da oben, dass ich beim Bremsen, genau vor dem Bremsen, nach Steuerbord schlage. Jetzt bremse ich. Und das Ruder geht nach Steuerbord. Ein bisschen. Jetzt geht das Heck hier auf die andere Seite. Das Boot bleibt stehen. Der Radeffekt zieht jetzt quasi in die Mitte. Und ihr seht, schaut, was ich da Platz habe. Hier habe ich eng. Das heißt, ich kann da ruhig mehr vorhalten, als ich vielleicht müsste. Damit komme ich da wunderbar aus dieser brenzligen Situation raus. Und das üben wir unten bei jedem stehen bleiben. Das wird ein Automatismus. Und glaubt mir, ihr habt das Boot auch bei der Tankstelle immer im Griff. Also das ist so das Manöver, was wir empfehlen können. Und jetzt schauen wir uns einmal an. Das ist ein Schiff, das ist eine Bavaria. Die hat ein Doppelruder. Ich habe ja schon versprochen, ich werde ein bisschen auf Doppelruder eingehen. Das Doppelruder hat zwei Ruderblätter. Die sind aber etwas kleiner und ganz außen. Dadurch, dass die Ruderblätter kleiner sind, brauchen die etwas mehr Anströmung. Also jeder, der schon einmal ein Doppelruder-Schiff gehabt hat, wird man das bestätigen. Wenn ihr da ganz, ganz langsam fahrt und das Ruder einschlägt, dann wird sich das Ruder, also wird sich das Boot ganz, ganz langsam drehen. Dieses Schiff braucht ein bisschen mehr Zug. So ähnlich wie beim Katamaran. Zum Beispiel die LaVe C40, die wir haben, die hat nur so kleine Ruderblätter. Das heißt, da muss ich schon etwas schneller fahren, damit diese Ruderblätter angeströmt werden und reagieren. Jetzt schauen wir uns mal an. Da haben wir ein Training im Biograd gemacht. Und da ist die Box, wo wir rein wollen. Jetzt schaut es einmal. Er schaut zur Box hin. Jetzt wird das Buchstahlruder eingeschaltet. Jetzt wird voll eingeschlagen. Und schaut es einmal, was das Boot tut oder nicht tut. Es dreht sich nicht. Und der Skipper hat das jetzt auch bemerkt. Also eigentlich habe ich eingeschlagen und irgendwie dreht sich das Boot nicht. Naja klar, ihr seht, Wind ist fast keiner. Wir sind mit diesen zwei Ruderblättern etwas zu langsam unterwegs. Jetzt gibt er Gas. Das ist natürlich jetzt auch der Klassiker. Weil der Radeffekt geht daher. Wenn er jetzt da zu stark pusht, dann wird die Kurve noch größer. Naja und jetzt behilft er sich mit dem Buchstahlruder. Da kann ich natürlich den Bug wunderschön um die Kurve bringen und einparken. Also ist keine Schande das Buchstahlruder. Aber das Video gefällt mir ganz gut, weil man sieht, wie diese Doppelruder Systeme quasi zu bedienen sind. Und da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Vielleicht auch schneller als notwendig. Ihr seht, wir machen die Drehung genau draußen. Wir fahren hier, das kommt aber später dann noch bei den Boxen, wir fahren da keine Banane herein. Banane, könnt ihr euch merken, die Murrings, die da reinstehen, immer gefährlich. Vor allem, wenn ihr Doppelruder habt. Deswegen schauen wir, dass wir möglichst draußen 90 Grad machen. Und ihr seht, das Schiff fährt wie auf Schienen. Wenn ich ein bisschen schneller unterwegs bin, ein bisschen schneller heißt jetzt bisschen über Ruderfahrt oder Kriechfahrt. Also über diesen ersten Klick, den man kennt. Und ihr seht, das Boot steht Kerzen gerade da. Wir sehen auch, dass wir da die Hände immer raushalten beim Werfen, damit man die Leine nicht in das Gesicht bekommt. Und so schaut eigentlich ein gutes Anlegemanöver aus. Und da haben wir ein bisschen mehr Ruderfahrt gehabt. So, und jetzt kommt ein Punkt, der liegt mir wirklich am Herzen. Den haben wir heuer neu ins Programm dazugenommen, weil wir gemerkt haben, man kommt oft zu kopflastig zum Training. Wir haben einen Radeffekt nach links, also muss jede Kurve nach links gehen. Also stellt euch vor, wir fahren mit der Sampim hier rein. Wir wissen, diese Kurve ist die bevorzugte Kurve und machen da die Kurve, eine enge Kurve. Oder wir müssen da eine Kurve machen. Empfehlen würde ich sie ja nicht. Und jetzt kommt es. Oberm Radeffekt kommt immer der Wind. Immer. Also immer die Frage, woher kommt der Wind und wie stark ist er? Der Wind wird immer den Radeffekt oberholen. Das heißt, wenn ihr mehr Wind habt, dann wird es den Radeffekt nicht einmal spüren, weil der Wind einfach stärker ist. Regel Nummer eins. Merkt sich, wenn ich aus irgendeinem Grund in der Boxengasse umdrehen muss, dann solltet ihr, sagen wir, bei 15 Knoten Seiten Wind nicht im roten Bereich zum Stehen kommen. Also die Kurve sollte nicht hier in Lee enden, sondern immer im grünen Bereich. Weil wenn die Kurve hier endet, dann kann der Wind euch da hier herblasen und ihr habt wunderschön Zeit, wieder rauszufahren. Also die Regel ist immer bei Seiten Wind in der Boxengasse nicht im roten Bereich zum Stehen zu kommen. Und jetzt zeige ich einmal, wie man das auch machen kann, wenn der Radeffekt gegen uns ist. Also sagen wir einmal, wir werden das ohne Radeffekt machen, weil der Wind kommt von der Seite. Wir wollen nach der Kurve hier in Luf stehen bleiben. Ja, also schauen wir einmal. Ich setze jetzt das Busch ein, das heißt einen Busch vorwärts und jetzt lasse ich das Boot drehen. Ich setze jetzt keinen Rückwärtsgang ein, weil der Radeffekt würde dagegen wirken. Und jetzt schaut, was ich mache. Ich nehme den Bug über den Wind und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, der Wind wird den Bug jetzt herdrücken, das Boot bleibt stehen. Ich brauche nur warten und ich fahre hier wieder heraus. Also wenn man Geduld hat und weiß, was die Elemente und auch die Physik des Schiffes machen, dann ist sowas eigentlich nicht schlimm und dann hat man auch keine Blackouts. Und jetzt zeige ich euch das Gleiche noch einmal, gleiche Situation. Diesmal hilft uns der Radeffekt. Der würde da nach links drehen. Da mache ich jetzt noch eine viel engere Kurve. Ich beginne wieder mit dem Busch, lasse das Boot drehen und jetzt ziehe ich mit dem Radeffekt, so wie es früher war, den Bug her und ihr seht, das Boot bleibt jetzt wirklich auf der Stelle stehen. Ja, also solche Dinge werden wir heuer in die Trainings einbauen, damit man das auch ein bisschen spürt, weil wir im Brunner doch sehr oft viel Wind haben, muss man sagen, ja. Und was wir auch üben werden, ist das sogenannte Stand-by-Manöver. Ja, wir haben das jetzt so getauft. Der Momo hat mir da jetzt auch mit der englischen Version geholfen und da haben wir gesagt, wie soll man denn so ein Manöver taufen? Stellt euch Folgendes vor. Wir haben starken Wind und plötzlich passiert irgendetwas. Da kommt ein Schiff heraus, da ist ein Unfall passiert bei unserem Schiff und ihr wollt Ruhe in euer Schiff bringen. Und zwar, indem ich das Heck genau gegen den Wind stelle. Das ist eine super Übung. Jetzt setze ich ein, einmal den Busch vorwärts, mit dem Radeffekt ziehe ich es zurück und schaut, da mal ein Boye her markiert, da kann ich jetzt das Boot wunderbar so herstellen, dass das Heck ganz genau hier gegen den Wind steht. Und glaubt es mir oder nicht, das Boot ist da wie angenagelt. Ihr braucht es nur mit etwas Gas, dann wieder Gas weg, bleibt das Boot da so lange stehen, bis vielleicht da der Unfall aufgeklärt ist, das Boot herausgefahren ist. Und auch bei Tankstellen ist dieses Manöver zu empfehlen. Viele fahren hier mit dem Bug voraus gegen den Wind, warten dort Stunden auf die Tankstelle. Optimal ist es natürlich mit dem Heck gegen den Wind. Da habe ich überhaupt kein Problem. Ich brauche kein Bugstallroder. Das Boot bleibt perfekt ausgerichtet und bei der Tankstelle drehe ich um oder vor überhaupt Verkehr zur Tankstelle hin. Also solche Sachen. So, jetzt habe ich gesehen, der Christian hat eine Frage gestellt und zwar, Michael, vielleicht kannst du später nochmal sagen, wann man wirklich einschlagen soll bei 90 Grad. Christian, wir gehen ganz detailliert noch einmal auf diese Manöver ein, damit du genau den Punkt hast, also so eine Art Schema F, wann wird eingeschlagen. Und das haben wir erarbeitet und das kommt ein bisschen später, wenn es für dich okay ist. Gut, das heißt, dieses Standby-Manöver ist auch ganz super. Stellt euch vor, ihr habt einmal 30 Knoten Wind und ihr denkt euch, soll ich in die Marina reinfahren oder nicht, da könnt ihr das Boot vor der Marina einfach mal auf der Stelle halten, in Ruhe alles durchbesprechen, wo parkt man, ruft man einen Marinero an, der das Boot reinfährt etc. etc. Und das ist wichtig, Ruhe ins Schiff und in die Mannschaft bringen. Ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns einmal an, Leinentechnik. Und zwar Robberg, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt überhaupt. Viele kommen zu uns, haben Scheine und legen die Scheine am Tisch. Also ich will jetzt gar nicht die Scheine aufzählen. Und dann merken wir, dass 60-70% falsche Klampenschläge machen. Die Ballstecks funktionieren nicht, der Fenderknoten. Und da passieren die meisten Unfälle. Ich rede jetzt nicht nur von Schäden auf Schiffen, Schäden, sondern Schäden an den Fingern. Wenn ihr beim Knotenknüpfen, also beim Klampenschlag nicht darauf achtet, wohin die Leine geht, also ob sich die Leine spannt, ob das Skipper gerade eindampft, da kann wirklich ganz, ganz Schlimmes passieren. Und wir haben bei jedem Skipper-Training, wiederholen wir noch einmal die Leinentechnik. Also so, dass das wirklich bei den Trainings dann auch gut funktioniert. Und eine solche Technik, das ist, zeige ich euch, die Lassowurftechnik. Erstens schaut sie irrsinnig elegant aus. Zweitens hat sie die Vorteile, ihr habt die Leine sofort wieder an Bord. Ihr braucht draußen niemanden, der die Leine einstellt oder umhängt. Und schaut, die Leine wird als Lasso vorbereitet, über die Buller geworfen und man hat ratzfatz die Leinen am Schiff, kann sie hier auch vom Schiff bedienen. Der Skipper, das ist übrigens der Julian, mein Partner, der dampft jetzt gerade ein und kann über die zwei Heckleinen das Schiff so lange stabilisieren, bis man dann mit den Moorings zugegen ist. Ja, und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Da seht ihr mal eine Zeitlupe. Auch das üben wir unten bei den Skipper-Trainings. Und ich kann euch sagen, nach drei Tagen kann das jeder. Ja, jetzt wenn jemand fragt, ja, aber Michael, wenn da draußen ein Ring ist, ja, dann geht das natürlich nicht. Ja, da muss natürlich jemand übersteigen oder draußen jemand helfen. Aber es ist eine elegante Methode. Und ihr werdet sehen, dass die Methode natürlich auch bei den Bojen, muss ich sagen, wirklich elegant funktioniert. Schaut's, es wird einfach das Lassau über die Bulle geworfen und ich bin fertig. Das heißt, die Enden der Leine werden mit Klampenschlägen hier an der Klampe bereits befestigt. Ich brauche nur mehr diese Schlinge wie ein Fischer drüberwerfen und der Wind würde dann das Schiff zurücktreiben, die Leine spannt sich und ich hänge an der Bulle. Ja, ich müsste natürlich dann schon ordentlich eine zweite Leine unten durchs Bojengeschirr und oben festmachen. Vielleicht auch ein Tipp, habe ich oft gesehen, viele machen an der Bulle fest. Da geht die Leine zum Beispiel von der Backbordklampe zur Bulle und auf die Steuerbordklampe zurück. Macht das bitte nicht, weil wenn ich einen großen Winkel habe, dann scheuert die Leine. Das heißt, die geht immer hin und her und da hat es einige Schiffe gegeben vor zwei Jahren. Die haben sich so lange hin und her gescheuert, bis die Leine quasi geschamfilt hat und gebrochen ist. Ja, also immer an die gleiche Klampe gehen. Also an die Bulle und auf die gleiche Klampe zurück, dann passiert das auch nicht. So, jetzt zeige ich euch ein paar Negativbeispiele. Ihr schaut es genau zu und ihr werdet es wahrscheinlich erkennen, was da nicht richtig ist. Ich muss ja nicht alle Filme zeigen, aber den zeige ich euch einmal. Schaut es einmal her. Wunderbar, fast kein Wind. Die Leinen sind super aufgeklart. Schaut es einmal ganz genau hin. So, jetzt stoppe ich einmal. Jeder, der genau hinschaut, hat jetzt gesehen, wenn eine Leine von der Klampe direkt auf die Werferhand geht, dann kann was nicht stimmen. Die Leine, wenn sie direkt von der Klampe hergeht, wird, wie wir sehen werden, hier über die Rehling gehen. Ja, und da sage ich immer dazu, das hätte das Kipper vorher, bevor er einparkt, schon sehen können. Jetzt haben wir wenig Wind. Ja, jetzt haben wir kein Problem. Jetzt bringen wir sie halt noch einmal raus. Was stellt sich vor? Ihr habt da sehr viel Wind und das ist die Luftleine und die Luftleine wird dicht genommen. Das Kipper dampft ein. Na, ist die Rehling da weg. Ja, also die wird runtergedrückt. Ja, und man sieht auch, wie lange das wieder braucht, bis da die Leine zurück an Bord ist, bis die wieder ausgebracht ist, etc., etc. Dann, ganz wichtig ist auch, dass das Ende einer Leine immer aufgeklatt ist. Schaut es, der Andi, der da bei uns an Bord ist, der sieht natürlich diesen Wohling. Ja, also es ist schon ein Anständiger. Hallo Momo, grüß dich. Ganz wichtig ist dieser Wohling, den ihr da seht. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das wird sich schon ausgehen, den ziehe ich jetzt einfach raus, der wird schon rumgehen. Ja, glaubt mir, er wird nicht rund gehen. Ja, und das Risiko ist da natürlich, dass wenn der Skipper, ich meine, jetzt der Wolfgang hat das natürlich gesehen, ja, stellt euch vor, das ist die letzte Leine, der Skipper dampft ein und dann bleibt er draußen hängen. Ja, dann reicht es da die Klampe aus. Ja, und möglicherweise werden Finger verletzt. Ja, und bis man so einen Wohling offen hat, könnt ihr mir glauben, dauert ein paar Minuten, ja. Also unser Trainer hat das mit Humor genommen, aber er hat ja zum Glück noch eine Leine gehabt, ja. So, und da sage ich jetzt bitte für alle Fair Charterer, die werden mir danken, schaut es einmal das an. Dass man so schief in diese Box reinfährt, das kann passieren, ja. Aber schaut es einmal, das ist das, was man eigentlich immer wieder sieht, das Skipper verlässt das Steuer. Und was macht er jetzt? Mit Händen und Füßen versucht er da die Reling wegzudrücken. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Reling hier, die hat nur Last von innen nach außen. Von außen nach innen kann sie keine Last entgegennehmen. Das heißt, wenn das Schiff hier mit, ich sage mal, acht, neun Tonnen herdrückt und da zwei Leute auf diese Reling stangen, ja. Die Aline wird wahrscheinlich die Augen schon rollen, dann ist die Reling kaputt, ja. Dann ist der gerade nicht am Schiff, die melden das nicht und ich habe schon wieder einen Schaden. Also bitte nicht hier mit diesen Händen und Füßen das Ganze zu machen. Für das haben wir fliegende Fender. Und schaut, da vorne ist jemand eingeteilt mit einem fliegenden Fender. Nämlich genau für diesen Grund, wenn das Boot jetzt in die Nähe eines anderen Schiffes kommt, den Fender rein zu tun. Jetzt war aber hinten so spannend, dass er das vorne ein bisschen verpasst hat, ja. Ja. Und jetzt passt er nicht mehr rein, der Fender, ja. Also das machen wir übrigens bei allen Trainings, dass immer eine Person mit einem fliegenden Fender ausgestattet ist, um solche Sachen quasi abzufändern. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, da haben wir heuer ein neues Manöver ins Programm aufgenommen. Das Manöver haben wir schon sehr oft probiert und immer diskutiert und das ist das Kräftedreieck. In Deutschland habe ich das auch schon gesehen als umgelenkte Achterleine und die Idee ist folgendermaßen. Wir im Buhnert haben sehr oft starken Seitenwind. Da reden wir oft von 20, 22 Knoten Seitenwind. Und die Heckleinen, könnt ihr euch merken, Stabilisation über die Heckleinen hört bei 20 Knoten auf. Das heißt, wenn der Wind einmal stärker als 20 Knoten ist, dann wäre ich das Schiff nicht mehr nach Luft bringen. Und die Lösung war immer den Mittelspring. Das heißt, ich könnte über die Mittelklampe eine Leine spannen und quasi, da habe ich einen besseren Drehpunkt, auch mehr Kraft, aber da war in der Box sehr gefährlich, weil, müsst ihr euch vorstellen, nur mit dieser Mittelspring, das Heck ist da hin und her gewurschtelt hinten und ist bei den Schiffen angekommen. Und jetzt haben wir diese umgelenkte Achterleine ausgetestet. Das heißt, die Leine läuft von der Mittelklampe um den Poller zurück an die Heckklampe. Und dadurch habe ich zwei Vorteile. Erstens, das Heck bleibt stabilisiert. Die Leine kann sich automatisch hier verteilen, also je nachdem, wie viel Kraft ich gebe. Und ich habe den Vorteil, dass ich über die Mittelklampe mehr Kraft nach Luft bekomme. Und das zeige ich euch gerne. Also wir haben das Manöver dann probiert. Man kann auch jetzt mit dem Heck bei starken, ablandigen Wind. Einfach mit dem Heck herfahren, zeige ich euch jetzt den Film. Da haben wir natürlich jetzt nicht diesen starken Wind, aber ich denke, vom System her, schaut euch das einmal an. Der Vorteil ist, angenommen, ich habe da ablandigen Wind, dann wird das Boot gegen den Wind ganz, ganz easy zum Steuern sein. Warum? Der Bug wird wie eine Windfahne ausgerichtet. Ich kann ganz langsam das Boot steuern, auch abstoppen, weil ich durch den Wind ja auch etwas Strömung habe. Ruderblatt wird angeströmt und das ist ganz, ganz easy. Teilweise leichter, als mit der Schokoladenseite anzulegen. Jetzt schaut's, die Leine ist vorbereitet. Wir haben sie in der Mittelklampe befestigt und hinten mit der Wurftechnik können wir jetzt ganz gemütlich den Poller treffen. Und jetzt werden alle denken, naja, das geht ja Einhand auch. Ja, das ist ein Einhandmanöver. Könnte ich wirklich Einhand machen. Schaut, jetzt wird die Leine geworfen. Die Lose wird jetzt vorne dicht gezogen. Also wir haben da natürlich viel zu viel Leute, die da mitarbeiten. Das geht mit weniger auch, aber ich denke, die Idee versteht ihr. Und jetzt seht ihr, wie schön sich dieses Dreieck aufbaut. Und zwar, je mehr Zug diese Leine bekommt, desto mehr zieht er das Heck wieder zurück. Da ist der Vorteil, dass das Heck quasi, zum Beispiel mache ich mal kurz Stopp, da haben wir eine Muring, die da ziemlich steil hineingeht, auch flach muss man sagen, hineingeht. Was, wenn ich jetzt nur die Mittelspring hätte, dann könnte es sein, dass das Heck hier zu weit ausschert und ich hier reinkomme. Passiert bei der umgelenkten Achterleine oder Kräftetreieck nicht. So, und jetzt brauche ich nur Gas geben und mit dem Ruder arbeiten und das Schiff legt sich quasi von selber hier an den Steg. Wir haben jetzt auch noch den Test gemacht, dass wir gesagt haben, naja, da vorne ist ein Cut. Jetzt machen wir uns einfach den Spaß, dass wir während dieses Manövers die Leine kürzen. Geht jetzt auf mehrere Möglichkeiten. Ich hätte die Leine hier auch können, hier auf die Windstoffe beim Klavier nehmen und ratschen, aber wir haben einfach das Gas rausgenommen. Bei Uplandingwind wäre nichts passiert und haben jetzt einfach die Leine gekürzt um ein, zwei Meter und dann das Manöver fertig gefahren. Ihr seht, da haben wir gekürzt und das Boot legt sich wunderbar dazu. Der Vorteil ist, bei starkem Uplandingwind muss niemand übersteigen. Ihr wisst es bei Uplandingwind, das Boot bleibt ungefähr eine Sekunde stehen und dann treibt es schon wieder ab. Und mit diesem Kräftetreieck geht das wirklich sehr, sehr elegant. So, und jetzt wollen wir in der Box einmal so starten, wie übrigens ein Skipper-Training. Jetzt zeige ich euch, wie, wenn wir zum Beispiel 16 Knoten Seitenwind haben, wie ich ein Boot, bevor ich ablege oder nachdem ich angelegt habe, stabilisieren kann. Und das Wort stabilisieren ist ganz wichtig. Das wird sehen bei unseren Trainings, auf das legen wir großen Wert. Ein Boot ist immer stabil, wenn ich eine Leine habe. Wir sagen immer Arbeitsleine dazu. Gas und dann kann das Boot stabilisiert werden. Schaut mal. Wir verwenden hier immer zwei Leinen. Es würde mit einer Leine auch gehen, aber beim Doppelruder brauche ich zwei Leinen, weil ich hier mit dem Ruder nicht so eine Kraft habe, als wie mit dem Einzelruder. Und dann haben wir auch gemerkt, die zwei Leinen, die haben so viele Vorteile, dass wir es jetzt auch beim Einzelruder machen. Schaut mal, wo die Vorteile liegen. Jetzt geben wir mal Wind. Jetzt geben wir zuerst Gas. Jetzt schalten wir Wind ein, circa 16 Knoten. Ihr werdet sofort sehen, wie der Wind hier den Bug schon nach Lee drückt. Jetzt geben wir Gas. Das ist übrigens unser Viertellers Keeper-Trainer, wo ihr alle Manöver selber durchspülen könnt. Und jetzt seht ihr, ich brauche schon etwas Gas jetzt, damit ich den Bug jetzt hier nach Luft bekomme. Der grüne Pfeil ist wieder die Anströmung vom Ruderblatt. Und jetzt seht ihr, jetzt kommt das Boot langsam. Jetzt würden viele sagen, na gut, Michael, diese Leine kannst du jetzt abbauen. Die brauchen wir ja nicht. Glaubt es mir, diese Leine ist eure Backup-Leine. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Wenn das Boot jetzt über die Mitte kommt, in Richtung Katamaran, jetzt kann ich quasi diese Drehung nach Luft mit dieser Leine steuern. Wenn ich jetzt diese Leine dicht nehme, jetzt bleibt das Boot stehen wie angenagelt. Es geht nicht mehr zum Kat hin. Jetzt würdest ihr sagen, naja, der Wind drückt das eh weg. Aber im Buna zum Beispiel haben wir sehr böigen Wind bei der Bora. Jetzt stellt euch vor, das Boot steht jetzt so stabil, 16 Knoten von der Seite und jetzt schalten wir den Wind aus. Also wir sagen, die Böe ist aus. Und was merkt ihr? Das Schiff bleibt an Ort und Stelle. Wenn ich diese Leine jetzt nicht hätte, wäre ich schon am Kat drauf, weil ich ja viel zu viel Gas gebe bei keinem Wind. Und das ist der Riesenvorteil. Wenn die nächste Böe kommt, bleibt das Boot trotzdem stehen. Das heißt, ihr habt hier viel, viel mehr Ruhe im ganzen Schiff, wenn man zum Beispiel hier einfach mit zwei Leinen stabil steht. Und ich sage immer dazu, nehmen wir an, wir haben da so 15 Knoten Böen, dann würde ich hier ein bisschen mehr Gas geben, vielleicht mehr als notwendig ist. Dann steht man ein bisschen überdosiert da. Aber dann würde jede Böe, die da herkommen, würde mir nichts ausmachen. Und dann heißt es Leinen los und ich fahre gemütlich weg. Das ist der Vorteil, wenn man zwei Heckleinen hat. So, jetzt hat der Christian noch eine Frage gestellt. Und zwar die Leinenstärke für Manöverleinen. Da würde ich empfehlen, das sind eher stärkere Leinen und die Leinen sollten quasi geschlagenes Gutsein haben, sollten etwas Dämpfung haben. Weil du musst dir vorstellen, gerade bei den Leinen ist so, wenn du in die Leinen reinfährst, das ist hohe Kunst, dass man diese Spannung ganz langsam erzeugt. Bei einem Anfänger ist das nicht so leicht. Da hat man immer dieses geschlagene Gut und da kann man schon etwas dickere Leinen verwenden. Also diesen bekannten Verlag müde nichts Besonderes. Also ich würde da auf jeden Fall bei den Festmachen stärkere Leinen verwenden. Gut, dann schalten wir das wieder weg. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an in live. Jetzt haben wir da auch ein, ich meine das Manöver ist super gegangen, aber wir sehen, das ist die Leleine und jetzt wird die Leleine abgebaut. Das ist so, wie ich es auch gelernt habe, wie ich damals angefangen habe. Man brauchte nur die Lufleine, weil der Wind kommt von hier, da haben wir Bögenwind, so 15 Knoten in den Böen und hier über diese Leine haben wir jetzt stabilisiert. Und jetzt wird es ja sehen, es wäre schön gewesen, dass wir diese Leine noch als Backup hätten. Die Böe hat nämlich nachgelassen und ihr seht, wie schnell das Schiff hier nach Luf auf das andere Boot drauf schießt, weil das Kipper hier nicht schnell genug reagiert hat. Wenn ihr hier diese Leine als Backup gehabt hättet, wäre das Boot stehen geblieben, an Ort und Stelle. Und hier seht ihr auch die Pilotleine, die haben wir vorsichtig schon aus dem Wasser geholt, weil man fängt Moorings. Also ich sage, 80% der Moorings fangt es in Lee, kann ich euch garantieren. Und in Luf fängt es ihr, genau Christian, Festmacher, ganz normale Festmacher mit Dämpfung. Das ist die Empfehlung. Und diese Pilotleine in Luf, das ist auch das Problem. Wenn ich diese Leine nicht habe, dann treibt mein Schiff hier über diese Pilotleine drüber. Und ich habe hier quasi die Schiffschraube, die ist circa hier. Und ihr müsst euch vorstellen, bei so viel Wind habe ich circa 60, 70, 80% Motorleistung. Und jetzt liegt die Pilotleine hier am Meeresgrund. Und diese Wassersäule, die klaut die unten auf. Und dann fängt die an, nach oben zu treiben. Nämlich genau anhand der Wassersäule und kommt oben zu eurer Schiffschrauben. Und dann ist natürlich Ende. Der Christian hat noch gefragt, bei wie viel Wind geht das? Ihr könnt euch merken, Leinentechnik stabilisieren mit Wind circa bis 20 Knoten. Wenn ihr schon wisst, dass es 25 Knoten Wind und mehr hat, dann braucht es euch auf die Festmacher da hinten oder auf Stabilisieren gar nicht mehr verlassen. Da gibt es andere Methoden. Ich habe ein Beispiel, wo wir mit 30 Knoten reinfahren, dann zeige ich euch das. Also das muss man nur ein bisschen im Kopf haben. Und jetzt zeige ich euch einen Effekt, den ich immer wieder bei den Trainings gesehen habe. Man lernt ja, ja das Schiff stabilisiere ich jetzt. Und zwar gebe ich Gas, damit ich quasi den Bug daher bekomme. Und jetzt braucht das Schiff etwas Zeit. Der Wind ist jetzt 24 Knoten. Was haben wir gelernt? Bei 24 Knoten wird es langsam eng mit dem Stabilisieren. Und was passiert? Es wird dieses Heck hier, wird in Richtung Mole gehen. Also wenn das ein Betonmole ist, dann könnt ihr euch vorstellen, da hinten wird es knapp. Und probiert es einmal eine Ecke eines Schiffes abzufeindern. Das wird es nicht schaffen. Da gibt es jetzt zwei Lösungen dazu. Erstens, macht die Heckleine nicht zu kurz. Ich habe das immer wieder gesehen, man parkt ein und die Heckleine sind anderthalb Meter oder überhaupt nur einen Meter. Da kann das Schiff nicht atmen. Lasst da hinten zwei, zweieinhalb bis drei Meter Leine. Ihr könnt das immer noch hinten zurückfahren. Also ganz, ganz wichtig. Wenn ihr aber die Leine schon habt, könnt ihr diese Leine einfach führen. Dann seid ihr aus diesem Dilemma heraus, weil die Pilotleine, die hängt ja hier herunter. Wo geht die? Genau unter eurem Schiff durch. Und wie komme ich sofort aus dieser Situation? So, das ist jetzt ein Tipp von uns. Es bleibt alles gleich. Das Ruder wird nach Lee eingeschlagen. Jetzt sagen alle, wie soll denn das gehen? Schaut es einmal zu. Ruder nach Lee. Jetzt wird es eng. Jetzt, wenn wir das Ruder umlegen, die Lee-Leine wird geführt. Schaut es, das Heck kommt sofort weg aus der Gefahrenzone. Und jetzt dreht sich das Boot über diese Leine, also über diese Klampe muss man eigentlich sagen, heraus. Und ich kann das Boot sogar in die gerade Situation bringen. Und das ist wirklich ein guter Trick. Könnt ihr es einmal ausprobieren. Setzen wir immer wieder ein, wenn wir so Böen haben, so kräftige. Jetzt sind wir schon beim ersten Längsheizmanöver. Bei den Längsheizmanöver werde ich nur kurz wiederholen. Das heißt ja immer die Schokoladenseite. Das ist das sicherste Anlegemanöver. Ich kann euch eines sagen, bei Windstille bis ca. 10, 12, 13 Knoten ablandig bin ich bei euch. Aber wenn ihr das zu zweit fahren wollt, bei 20 Knoten ablandig Wind wird es sehr, sehr haarig. Ganz, ganz wichtig bei dem Manöver ist, ganz langsam zur Mole, ca. eineinhalb Bootslängen. Vorher wird das Gas auf neutral geschalten. Und dann, wichtig, dann nutze ich den Radeffekt, um das Heck zur Mole zu bringen. Viele lenken viel zu viel ein, so bin ich mit dem Auto. Und dann habe ich hinten quasi zu viel Drehung im Schiff. Und dann dusche ich hinten zur Mole. Schaut es einmal, fast nicht eingeschlagen, ganz ein bisschen. Und alles, was ihr jetzt seht, ist der Radeffekt, der blaue Pfeil. Der zieht das Heck jetzt zur Mole, Gas weg und so schaut ein sauberes Anlegemanöver aus. Ihr seht zum Beispiel, dass in live, da haben wir wieder unsere Bavaria 40, mit der wir immer unterwegs waren, bei einigen Filmen. Die Videos sind übrigens alle von Skipper 360. Und ihr seht auch hier, wann, wie viel oder wie wenig Rudereinschlag ich eigentlich mache. Jetzt steht das Ruder fast gerade, jetzt wird es ein bisschen eingeschlagen und jetzt bremse ich. Das heißt, alles, was ihr hier seht, ist der Radeffekt, der das Boot schön gerade stellt. Und genau so soll es ausschauen. Das kann man eigentlich ganz gut trainieren. Und viele fragen mich, Michael, welche Leine ist denn die erste bei einem Anlegemanöver längsseits, welche du rausgibst? Da gibt es jetzt viele Wege nach Rom. Wir sagen, wir beginnen immer mit der Heckleine. Warum, werde ich euch gleich erklären. Die Heckleine kann ich bis 20 Knoten verwenden, um das Boot ganz perfekt zur Mole zu bringen. Ich kann einfach über eine Leine stabilisieren. Zweiter Vorteil. Ich kann die Heckleine hinten fast ein Hand über den Poller werfen. Ich muss niemanden haben, der vorne übersteigt. Und wenn das Boot stabilisiert ist, kann ich die restlichen Leinen ausbringen. Viele verwenden beim Anlegen, muss ich sagen, das sind aber auch Fortgeschrittene, die Vorsprung, die geht von vorne nach hinten. Man muss aber, um das Boot mit einer Vorsprung zur Mole zu bringen, muss man schon mit dem Ruder wissen, was man tut. Und beim Doppelruder funktioniert es nicht, weil ich das Heck nicht bei der Mole halten kann. Und unsere Manöver sind so ausgelegt, unsere Trainingsmethoden, dass es euch egal ist, ob ihr einen Doppelruder habt oder einen Einzelruder. Weil unsere Methoden mit beiden Schiffen funktionieren. Das ist der Grund. Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ein Skipper das mit der Vorsprung nicht im Griff hat. Schaut es einmal. Die Heckleine haben sie vorbereitet, aber nicht geworfen. Die vordere Crew sollte eine Vorleine machen. Naja, günstig. Da ist gerade der Buller vor mir, jetzt nehmen wir halt den Buller. Jetzt ist das aber keine Vorleine mehr, sondern, wie alle wissen, eine Vorsprung. Und jetzt schaut es einmal, das Boot hat etwas Fahrt. Schaut es, was jetzt passiert. Mit der wenigen Fahrt macht es vorne einen Duscher. Zum Glück haben wir einen Kugelfender und geht zur Mole dazu. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da jemand unbedarft zu viel Gas gibt, was da vorne passiert. Also da haben wir auch schon Anker geopfert, sage ich einmal. Und deswegen haben wir die Vorsprung aus unseren Manövern verbannt. Also zum Anlegen haben wir sie verbannt. Weil eine Spring sollte nicht zum Bremsen eines Schiffes verwendet werden. Mit der Najole am See ist ganz was anderes. Aber da reden wir von 12, 13, 14 Tonnen. Wenn die einmal fahren, dann wird keine Leine der Welt diese 13 Tonnen abstoppen. Also merkt euch die Heckleine bis ca. 20 Knoten. Und jetzt ist immer die Frage, wie mache ich denn quasi an der Mole fest? Und da hat mir der Andi ein Video geschickt. Da kommt immer die Frage zu mir, du Michael, ich glaube das war auf Velle Luschin, hat mir der Gerald Mayerhofer, glaube ich, letztes Mal gesagt. Dieses Video zeigt eigentlich, wie schnell wir längsseits zu Problemen kommen. Und die Sache ist so, dass längsseits würde ich nur für kurze Aufenthalte das Schiff festmachen, zuerst den Wetterbericht checken, kommt ein Gewitter, kommt irgendein Unwetter oder eine Front. Und übernachten habe ich immer ein schlechtes Gefühl gehabt. Und schaut euch einmal das Video an. Da war ein Katamaran hinten und ein Mono. Und ihr seht, was da, Schwell hereinkommt. Schwell, das sind jetzt die Wellen von Wind. Und statt Abendessen hat es Fenderwache gegeben. Und ihr seht es auch hier, Christian, das sind zum Beispiel die Festmacher. Und du siehst, die sind sehr kurz. Man kann sich auch merken, je länger zum Beispiel die Leinen sind und auch die Vorsprings, desto mehr Dämpfung haben die auch. Wenn ich so kurze Leine mache, also da redet man auch von Brustleinen, dann haben die fast keine Dämpfung und das Ergebnis ist, die brechen. Und schaut euch an, was da los ist. Also da waren beide Schiffe auf der Seite total aufgekratzt und beschädigt. Und das hätte eigentlich ein schöner Törn werden. Und der Andi hat mir dann angerufen und gesagt, ich habe da damals beim FP2-Kurs nicht geglaubt. Ich habe damals aber noch kein Video gehabt zum Zeigen. Jetzt hat er eh seins geschickt. Und ich hoffe, dass sein Video jetzt allen anderen vielleicht auch die Lust auf Längsheitslegen ein bisschen vermisst. Da würde ich mir dann auf jeden Fall eine Marina suchen oder ankern oder auf eine Boje gehen. Oder ich könnte auch Murings nutzen wie vor Bunat, um das Schiff von der Mole wegzubekommen. Da seht ihr, die Leinen sind wie Butter gebrochen. Das war das Ergebnis. So, jetzt komme ich noch einmal zu dem Punkt, welche Leine ist die richtige. Jetzt fasse ich noch einmal zusammen. Wir haben gesagt, so bis circa 20 Knoten, da haltet die Heckleine. Es gibt Schiffe, die haben einen besseren Motor, einen stärkeren Motor. Da geht es vielleicht bis 24. Beim anderen Schiff geht es bei 19 schon nicht mehr. Deswegen so bei 20 passt es auf. Wenn ich jetzt schon weiß, ich habe 24 Knoten ablandigen Wind, dann würde ich die Heckleine gar nicht vorbereiten. Das ist das, was ihr vielleicht mitnehmt heute. Also, wenn ich hier jetzt eine Heckleine ausbringe und vielleicht draußen hat eine Leine befestigt und drinnen habe ich, wie üblich, den Ballstick, den ich als Ohrwarschel, Entschuldigung, das ist so ein Begriff in Österreich, aber das man mit seiner Schlaufe oben drüber gibt, dann hat diese Leine Spannung. Ihr kriegt den nie mehr von der Klampe runter. Die einzige Lösung ist Messer raus und abschneiden. Und schaut, wie schnell ihr da in eine Situation kommt. Da habe ich natürlich Mörderspannung, weil ihr könnt davon ausgehen, da habt ihr volle Leistung auf der Maschine. Das heißt, auch auf der Klampe ist volle Leistung. Und jetzt treibe ich hier da unweigerlich in das Schiff rein und ich kann nichts mehr dagegen tun, außer abschneiden oder die Leine irgendwie lösen. Deswegen kommt jetzt die Mittelklampe. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ein Befürworter der Mittelklampe, weil das Schiff quasi hier den natürlichen Drehpunkt in der Mitte hat. Jetzt schaut, gleiche Situation. Ich nehme jetzt quasi einfach von der Mittelklampe die Leine, die kann ich auch werfen und ich lege ganz locker bei der gleichen Windgeschwindigkeit das Schiff hier an die Mole. Das haben wir bei uns probiert mit einer Bavaria 39 mit, ich glaube 29 PS Horstbauer und das haben wir bei über 20 Knoten Wind ganz locker geschafft. Jetzt wird es ihr wahrscheinlich fragen, ihr war Michael, warum macht man das nicht immer mit der Mittelklampe, wenn das eh so klasse ist. Die Mittelklampe hat einen Nachteil. Das Heck hinten ist nicht kontrollierbar. Da muss man schon ein bisschen ein Gefühl haben, was man tut und deswegen machen wir immer vorher die Heckleine bis circa 20 Knoten. Und wenn ich merke, es ist mehr, dann nehme ich die Mittelspring. Ihr könnt auch hier dieses Kräftedreieck verwenden, was wir schon kennengelernt haben. Und jetzt zeige ich euch noch ein Anlegemanöver, wo wir gegen den Radeffekt fahren. Es ist meistens so, ihr müsst sehr steil an eine Mole heranfahren. Wenn ihr steil an die Mole fahrt, dann habt ihr natürlich da eine gewaltige Drehung im Schiff. Und diese Drehung, die würde ja, wenn der Radeffekt in diese Richtung zieht, ja nicht abgebremst, sondern verstärkt werden. Deswegen fährt man solche 90er immer gegen den Radeffekt. Das heißt, wir haben da wieder linksgängig. Das heißt, unser Heck wird in diese Richtung gezogen, wenn wir bremsen. Und das nützt mir jetzt. Schaut es einmal. Circa 8 bis 9 Meter vor der Mole schlagen wir voll ein, kriegen natürlich eine ziemliche Drehung ins Boot. Jetzt bremsen wir. Der Radeffekt bremst die Drehung instant ab. Schaut es einmal. Sobald ich bremse, ist die Drehung draußen. Und da ich jetzt quasi 90 Grad zur Mole gefahren bin, habe ich jetzt einen Lift durch die Trägheit, der mich die restlichen Meter dazu bringt. Wir haben das jetzt extra mit viel Abstand gemacht, dass man das quasi sieht. Das heißt, wenn immer ihr so steil an eine Mole heranfahrt, dann würde ich das gegen den Radeffekt machen. Ein zweiter Film. Das haben wir jetzt mit der Drohne gefilmt. Da seht ihr, so circa 6, 7 Meter vor der Mole drehen wir. Und diese Drehung nehmen wir jetzt einfach mit dem Radeffekt raus. Jetzt wird gebremst. Und ihr seht, die Drehung ist sofort draußen. Dann gehe ich auf Leerlauf, rudert zur Mole und das Schiff treibt wunderbar zum Steck dazu. Dieses Manöver, sage ich gleich dazu, ist eher für Fortgeschrittene. Da muss man das Boot schon ein bisschen spüren oder Eingriff haben. So, jetzt haben wir zur Leinentechnik noch ein kleiner Tipp. Und zwar, jede Leine sollte ihre Klampe haben. Es ist immer so, dass man die Leine, die man braucht, die ist jetzt unterhalb und die andere ist oberhalb. Wenn man das vorher schon weiß, dann kann man zum Beispiel diese Vorleine einfach auf die andere Klampe binden und hat die Vorspring frei zum Bedienen. Das ist ein ganz einfacher Tipp. So, jetzt wollen wir da auch wieder wegfahren. Jetzt haben wir da so eine typische Situation. Vorne und hinten haben wir jetzt größere Katz hergestellt. Wind ist auflandig. Und jetzt machen wir das so, dass wir hier eine Vorspring aufbauen. Die Vorspring sollte etwas länger sein, so ein bisschen über den Masten gehen. Da haben wir einen guten Hebel. Und wir machen das auch immer mit einer Heckleine. Und zwar auch wegen einem Doppelroder. Warum die Heckleine da ist, wird es gleich sehen. Damit stabilisiere ich zuerst das Schiff in die Heckleine. Damit habe ich einmal das Schiff ganz exakt bei der Mole. Und dann arbeite ich mich von dieser Leine in diese Leine. Und sobald die Vorspringspannung hat, Ruder zur Mole, jetzt kann ich die Drehung mit dieser Leine steuern. Also wenn du jetzt in die Böe käme, oder vielleicht das Kipper zu viel Gas gegeben hat, damit ich hier diese Drehung nicht zu stark mache, kann man das mit dieser Heckleine wunderbar steuern. Ja, und jetzt nehmen wir die Leine rein. Und jetzt dreht sich das Schiff raus, weil eben das Ruderblatt perfekt angeströmt wird. Der Fehler, der hier ganz, ganz häufig passiert, das sage ich euch jetzt. Jetzt seid ihr Skipper. Jetzt schaut nach hinten. Ja, jetzt haben wir uns eigentlich ganz gut rausgedreht. Und jetzt kommt das Kommando Leine los. Ihr wisst es natürlich, das kann nicht Leine los heißen, wenn das Schiff noch vorwärts fährt. Das heißt, zuerst machen wir einmal Rückwärtsfahrt, Rudergerade und jetzt klappe Leine und Leine los. Also der Fehler passiert bei uns immer wieder. Und jetzt fahre ich natürlich ganz langsam raus, weil ihr seht hier der Radeffekt, der wirkt. Wenn ich langsam fahre, habe ich nur wenig Radeffekt. Und somit kann ich da wunderschön aus dieser Lücke rausfahren. Vielleicht kurz noch ein Live-Video. Da haben wir, glaube ich, eine Zeitraffer, damit das ein bisschen schneller geht. Da seht ihr die Heckleine. Und jetzt mit 4 der Heckleine kann ich die Drehung steuern. Dann wird die Heckleine losgeworfen. Man sieht auch vorne, dass wir immer so Relaisstationen haben, die man dann im Grunde zum Kommunizieren oder ob der Anker vorne drüber geht, Leine los und ich fahre rückwärts weg. Das ist das typische Eindampfen in die Vorsprung. Und jetzt zeige ich euch ein Video. Das ist eigentlich eine Elan 50. Da haben wir eine Filmaufnahme für Doppelroder gemacht. Und da haben wir das Schiff hingestellt und einen Test. Und der Skipper hat die Aufgabe gehabt, mit Eindampf und Vorsprung da wegzufahren. Und wir haben natürlich gewusst, der Schiff hat Doppelroder. Ihr seht, der Schiff bleibt da an Ort und Stelle und rührt sich nicht. Und auch wenn man hier mehr Gas gibt, es passiert nichts. Das heißt, ihr kommt mit dem Manöver, wenn ihr ein Schiff mit Doppelroder habt, kommt ihr nicht weit genug raus. Es gibt Ausnahmen, es gibt manche Schiffe, die haben die Ruderblätter nicht so weit auseinander. Aber in der Regel, wenn ihr Doppelroder habt, tut es euch von diesem Manöver verabschieden. Dann ist alles gut. Die Antwort ist natürlich, wir machen das jetzt verkehrt. Dieses Manöver heißt Eindampfen in die Achter springen. Das heißt, es kommt jetzt hinten ein Kugelfänder, die Achter springen geht noch vor. Und jetzt fahre ich rückwärts. Ganz langsam rückwärts. Das Ruder wird zur Mole eingeschlagen. Könnt ihr euch eigentlich merken, jedes Ablegemanöver längsseits wird das Ruder immer zur Mole eingeschlagen. Ausnahmslos. Braucht ihr euch da nicht merken, sondern nur diese eine Sache. Der Ruder ist jetzt bei der Mole. Dadurch geht der Bug schon etwas raus. Jetzt kriegt der Kugelfänder Kontakt. Und ich kann jetzt wunderbar mit Gas den Bug rausdrehen. Und wenn ich weit genug draußen bin, dann gebe ich noch einen Push. Damit geht das Heck hinten von der Mole weg. Dann das Ruder umlegen. Und ich bin draußen. Es ist auch schön, dass ich hier quasi als Kipper immer alles im Überblick habe. Und das könnt ihr beim Doppelruder immer verwenden, dieses Manöver. Na ja, und dann haben wir das Gleiche mit der Elan gemacht. Und ihr werdet sehen, diesmal hat es geklappt. Da haben wir den Bug rausgedreht. Und jetzt wird es dann auch sehen, da gibt es einen kleinen Push, damit ich dieses Eck wegbekomme. Jetzt kommt der Push, das Heck geht weg und ich komme wunderbar raus. So, jetzt zeige ich euch noch ein Manöver mit Mittelspringen. Und dann kommen wir, Christian, schon zu den Boxen. Und da haben wir dann auch mit Wind und ohne Wind. Das ist so ein Manöver, das ist mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Vor allem, wenn wir viel Wind haben. Das haben wir getestet mit bis zu 25 Wind, ablandigem Wind. Der Vorteil liegt jetzt auf der Hand. Ich kann jetzt gegen diesen Wind, kann ich jetzt sehr langsam heranfahren. Warum ich langsam fahren kann, liegt daran, dass der Wind ja auch eine Strömung verursacht. Das Ruderblatt wird angeströmt. So könnt ihr Millimeter, vier Millimeter könnt ihr daherfahren. So übertrieben halt. Zentimeter vielleicht. Dann kann jemand übersteigen oder ihr könnt das auch werfen. Und da habe ich jetzt einen Mittelspring vorbereitet. Im Gegensatz zum Kräftedreieck habe ich hier noch mehr Kraft nach Luft. Und jetzt seht ihr, wo auch der Nachteil ist. Sobald diese Leine spannt, dreht sich das Schiff jetzt um diesen Punkt und das Heck schert aus. Ziemlich. Und jetzt merkt einer am Bord, beim Cut wird es langsam eng. Jetzt ist aber bei dem Manöver nicht so schlimm. Ich brauche nur das Ruder auf die andere Seite legen. Jetzt mache ich eine Parallelverschiebung. Schaut's, jetzt geht's über diesen Punkt. Jetzt warte ich so lange, bis ich parallel verschieben, weit weg komme vom Cut. Dann lege ich das Ruder wieder um und kann das Schiff so perfekt zur Mode legen und habe gleich eine Vorspring draußen. und das Schiff kann ich stabilisieren und dann bringe ich halt die restlichen Leinen aus. Schauen wir uns das live auch noch an. Da haben wir natürlich jetzt keine 20 Knoten Abplanung Wind, aber Wind kann man eben nicht bestellen. Aber ich glaube, von der Idee wird es das verstehen. Die Leine wird angemacht und auch hier die Leinenspannung, die werde ich immer ganz, ganz vorsichtig machen. Sobald die Leine dann einmal spannt, dann kann ich den Druck erhöhen. Und jetzt seht ihr, jetzt dreht das Ganze um diesen Punkt. Und ihr seht auch, wie das Heck ausschert. Jetzt wird das Ruder umgelegt. Jetzt. Und ihr werdet sofort sehen, wie das Schiff sich parallel verschiebt und sich dann eigentlich von selber zur Mole dazulegt. Ist auch ein super Manöver. Und wer jetzt fragt, wie viel Platz brauche ich denn an der Mole? Ihr braucht circa eine Bootsbreite und etwas mehr als eine Bootslänge. Also auch nicht viel mehr Platz als beim Schokoladenseite-Längsatzmanöver. Also wirklich ein tolles Manöver. Und das kann ich auch bei viel Wind fahren und natürlich auch mit zwei Personen oder alleine. Ist wirklich eine super Sache. Jetzt haben wir noch ein Ablegemanöver und dann geht es in Richtung Boxen. Ich hoffe, ihr könnt es noch. So, jetzt haben wir folgende Situation. Schaut es einmal. Wir sind hier einkaufen gegangen und plötzlich ist die ganze Marina voll. Hier sind Moorings raus. Jetzt könnte man natürlich als Profi-Skipper sagen, ja, Leinen los, ich mache das schon. Da machen wir ein bisschen drehen am Teller, vor, zurück. Ich sage immer Folgendes. Alles, was ich sicher machen kann, ja, und für die Crew und für das Schiff am einfachsten, das werde ich machen. Ich will nicht das Manöver nehmen, wie der Captain Ron, das dann alle applaudieren. Das bringt niemandem was, ja. Deswegen zeige ich euch jetzt ein Manöver, wo ihr mit einer Leine das Schiff auf der Stelle umdrehen könnt. Ihr könnt den Bug da auf Meter bei anderen Schiffen vorbei navigieren und dieses Manöver ist Eindampfen in die außenliegende Achterleine, wie in Österreich sagen, verkehrte Heckleine dazu. Ihr seht, die Leine geht jetzt von der Klampe hier auf den Steg. Das kann auch ruhig ein bisschen enger sein. Bei Doppelrodern kann man es sogar ganz eng machen, ja. Es wird hier zwar mehr Druck passieren beim Doppelroder, aber das Manöver funktioniert. Ihr seht, der grüne Pfeil drückt das Boot jetzt hier in diese Klampe und das ist der Trick bei dem Manöver. Deswegen dreht sich das jetzt hier um diesen Punkt. Ihr seht, der Bug geht schon weg. Der Kugelfänder hat den Kontakt verloren und jetzt bleibe ich einmal so. Da muss man jetzt nur Geduld haben. Der Bug dreht jetzt und das natürlich kontrolliert ganz genau vorne bei dem Cut und bei dem Mono vorbei und wenn ich weit genug von der Mole weg bin, dann kann ich das Ruder umlegen und den Bug genau dorthin bringen, wo ich ihn haben möchte. Das ist wirklich ein super elegantes Manöver und schaut jetzt, wird der Bug umgelegt und er dreht sich da in die Boxengasse raus, Leinen los und wir können schon ablegen. Jetzt schauen wir uns das in Live an. Ihr werdet sehen, mit der Top View. Die Line ist jetzt fast ein bisschen zu lang nach hinten, aber das war halt gerade kein Poller da. Da sind wir auch in Zeitraffer. Ihr seht, der Bugelfänder hat schon verloren den Kontakt und jetzt seht ihr, das Ruder ist immer noch zur Mole eingeschlagen. Und ihr werdet sofort sehen, wann wir umlegen. Das wird nämlich jetzt bald passieren und dann könnte ich das Boot auch um 180. Jetzt wird umgelegt, Schatz. Und das Boot wird jetzt folgendes tun. Und es fährt parallel so lange, bis die Leine kerzengrad nach hinten schaut und dann dreht es sich weiter. Jetzt gleich sehen. Jetzt kommt die Leine nach hinten, jetzt kommt es und das Boot dreht sich. Und das ist jedes Mal gleich. Ja, eh klar, weil es Physik ist. Könnt ihr probieren. Also wirklich ein ganz entspannendes Manöver. So, und jetzt schauen wir uns an. Haltet es euch an. Jetzt machen wir die Boxenmanöver. Dort, wo leider am meisten passiert Schaden und Verletzungen. Und zwar, wir empfehlen, dass wir immer mit dem Heck gegen den Wind anlegen. Ja, das heißt, wenn der Wind jetzt da herpfeift, dann würden wir quasi mit dem Heck gegen den Wind fahren, weil wir ja schon wissen, wir haben hier mehr Vorteile. Erstens, gegen den Wind können wir das Schiff ganz super steuern. Der Bug bleibt vorne. Dann habe ich hier auch Strömung, sodass das Ruderblatt bei langsamer Fahrt reagiert. Und, wenn ich um die Kurve fahre, da wird die Drehung vom Wind abgestoppt. Schaut es einmal. Ich kann hier bei viel Wind den Bug sogar etwas drüber lassen. Und jetzt treibt das Schiff rein und jetzt brauche ich mich nur mehr konzentrieren, Leinen raus und stabilisieren. Wenn der Wind jetzt quasi, wenn wir mit dem Wind fahren, schaut es einmal, was passiert. Ich fahre rein und diese Drehung, die kriegen wir nicht mehr weg. Jetzt wird das Schiff auch noch langsamer. Der Wind greift ein. Und ihr erinnert euch an das Video von früher, dann lande ich so schräg in der Box. Ist auch noch kein Problem, wenn ich keine Fehler mache. Also unsere Empfehlung ist immer gegen den Wind. Jetzt könnte von euch die Frage kommen, ja, aber das geht ja nicht immer. Was würde ich denn in diesem Fall machen? Jetzt gehen wir noch einmal zurück auf den Start. Was würde ich denn da am Anfang machen? Wenn ich jetzt mit dem Wind reinkomme, da wäre ich quasi Bug voraus an meiner Box vorbeigefahren, hätte das Schiff aufgestoppt und dann rückwärts gegen den Wind hier rein. Und das geht fast immer, außer man hat den letzten Platz an der Mole. Also merkt es euch immer mit dem Heck gegen den Wind. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. Christian, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wann lenkst du um die Kurve. Und da haben wir relativ lang getüftelt. Wir wollten zwei Sachen haben. Erstens, egal welches Schiff du hast, es sollte das gleiche Schema F sein. Egal wie viel Wind du hast, es sollte auch das gleiche Schema F sein. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir schauen, dass wir möglichst gerade in diese Boxengasse reinfahren. Das heißt, jetzt haben wir ein bisschen Radeffekt, den haben wir ausgeglichen. Unsere Box ist da herunten. Das ist genau da. Das ist die Box da. Und da wollen wir rein. Und jetzt kommt Folgendes. Sobald ihr den Anker des Nachbarschiffes 90 Grad bei euch, also wenn ihr am Ruder steht und ihr schaut da nach rechts und der Anker wäre 90 Grad, da schlagt ihr das Ruder voll ein. Nicht ein bisschen, sondern voll ein. Wir wollen hier eine volle Drehung machen. Also 90 Grad vor der Box. So, jetzt haben wir noch geschwindet einen Kugelfender montiert für alle Fälle. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir noch keine 90 Grad. Und sobald ich die 90 Grad habe, gehe ich mit dem Gas auf Ruderfahrt. Bitte hier nicht auf Leerlauf gehen. Viele, viele Trainer, die ich gekannt habe, haben gesagt, hier draußen auf Leerlauf und mit der Restfahrt fahren wir rein. Wenn ihr da 15 Knoten Wind habt, da verkümmert es da vorne. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn ihr bei viel Wind da vorne zum Stehen kommt. Deswegen, die Ruderfahrt, die bringt euch immer hier in die Box rein. Also, wir gehen hier auf Ruderfahrt. Jetzt schlagen wir voll ein. Und jetzt lassen wir das Boot drehen. Jetzt kommt der Anfängerfehler. Viele nehmen hier die Drehung raus. Warum, weiß ich nicht. Aber jetzt wird schon gegengerudert. Das kann auch vielleicht der Blickwinkel sein. Ihr lasst die Drehung drinnen. Lasst das Boot drehen. Immer noch. Immer noch. circa 10 Grad vor der Totalen. Jetzt, ganz langsam, kommt das Ruder raus und setzt den entscheidenden Vorteil. Das Boot ist jetzt quasi vor der Box schon fast kerzengerade. Ihr müsst da drinnen in der Box nicht mehr herum eiern. Jetzt ungefähr auf der Höhe der vorderen Klampe wird Leerlauf gegeben. Weil jetzt habe ich, falls da noch Wind wäre, bin ich gleich weg. Und die restliche Fahrt bringt mich jetzt wunderbar hinten rein. Und jetzt wisst ihr, was passiert. Die zwei Leinen kommen raus. Ich stabilisiere. Und sobald das Boot stabilisiert ist, werden die Moorings gemacht. Also zuerst die Luf-Mooring, dann Gas auf Leerlauf und dann die Le-Mooring. Jetzt wird es ihr sagen, ja, aber Michael, das war jetzt easy. Das war ja bei keinem Wind. Jetzt machen wir das Gleiche bei Wind. 16 Knoten, Seitenwind. Jetzt haben wir auch ein anderes Schiff genommen. Es ändert sich fast nichts. Die einzige Variable, die ihr ändert, ist die Geschwindigkeit. Das heißt, Schema F bleibt gleich. Wenn mehr Wind ist, fahrt ihr um ein Kennen schneller. Also ich will euch dann gleich sagen, wenn wir da 30 und 35 Knoten haben und ihr müsst es wirklich einmal bei 35 Knoten anlegen, wenn euch jemand lasst, dann muss ich schon 3 Knoten oder 4 Knoten reinfahren in die Marina. Und dann muss ich natürlich schon wissen, was ich tue. Jetzt schaut es einmal. Also, jetzt haben wir 16 Knoten, ist schon ganz ordentlich. Jetzt machen wir das ganz gleich. Wenn ich so viel Wind habe, dann fahre ich persönlich ein bisschen über den Anker drüber. Muss ich nicht, aber das ist eigentlich etwas, was ich persönlich gern mache, weil ich auch die Drehung später rausnehme. So, jetzt voll einschlagen und ihr werdet sehen, ich nehme die Drehung jetzt in der Totalen erst raus. Warum? Wir werden es gleich sehen. Weil ich eh weiß, dass der Wind mich zurückbringt. Das Boot überdreht jetzt ein bisschen. Das ist aber genau das, was ich haben möchte, weil der Wind drückt das Boot eh so in diese Richtung. Das heißt, jetzt nehmen wir ganz gleich wie früher. An der Klampe kommt wieder der Leerlauf rein. Und jetzt merke ich natürlich schon, dass das Boot hier etwas nach Lee treibt. Das ist aber in Ordnung. Deswegen haben wir da fliegende Fender oder Fender ausgebracht. Und sobald ich die Heckleinen draußen habe, kommt jetzt wieder das Thema Stabilisieren. Das habe ich ja vorher geübt. Und ihr seht, ich kann das Boot da bei den 16 Knoten stabilisieren. Und sobald das Boot stabil steht, jetzt erst werden die Pilotleinen und die Muringleinen geholt. Dazu werde ich dann ein paar Tipps geben. Jetzt schauen wir uns da zwei Filme an. Den einen Film zeige ich euch. Da haben wir ungefähr 15 Knoten Bohrer gehabt. Und zwar ist gerade beim Reinfahren eine Böge gekommen. Und ihr werdet sehen, der Wolfgang, der da der Trainer ist, der macht da draußen den 90er und nimmt die Drehung jetzt später raus. Ihr werdet das gleich sehen. Der Bug wird da etwas vorgehalten. Das wollen wir aber. Und ihr werdet sehen, bis er da hinten ist, steht das Boot Kerzengrat. Jetzt wird der Bug ein bisschen vorgehalten. Jetzt wird das Boot dann abgestoppt. Die Leinen werden ausgebracht und dann kann ich schon stabilisieren. Und sobald das Boot dann stabil steht, kann ich die Moorings ausbringen. Dann haben wir ein zweites. Und das ist zum Beispiel, machen wir es erst so, da haben wir ungefähr 30 Knoten. Ihr seht, da blast es gewaltig. Und das ist zum Beispiel Bunard. Und ihr seht, da kommen, da ist eine Bohrerdöse. Und da kommt die Bohrer runter. Und genau, wo ich da einpacke, kommt eine Monsterböe. Das werdet ihr eh sehen. Und ihr seht, von der Geschwindigkeit bin ich da schon ziemlich unterwegs. Also einige werden sagen, ui, so schnell fahre ich nicht. Aber wenn man zu langsam ist, dann verhungert. Man sieht das jetzt am Wasser, wie diese schwarzen Böen reinkommen. Und jetzt wird es ihr beobachten, wie, wenn ich jetzt da um die Kurve fahre, wie schnell das Schiff auf 0,5 Knoten heruntergebremst wird. Weil ich kriege eine Breitseite, sobald das Schiff steht von der Bohrer und die Geschwindigkeit ist weg. Schaut es einmal. Jetzt komme ich da runter. So, jetzt wird das Ruder voll eingeschlagen. Ganz gleiches System. Gas wieder auf Klick. Also Ruderfahrt. Und jetzt schaut es einmal an. Das Schiff ist nicht einmal um die Kurve und steht schon fast. Und jetzt mache ich natürlich das, was quasi diesen Film ausmacht. Wenn ich schon weiß, 30 Knoten Böen, dann habe ich gesagt, die Häckleinen brauchen wir gar nicht werfen. Sondern das ist quasi mein Lebboot. Das heißt, ich lege mich jetzt da ganz butterweich auf dieses Boot drauf. Ja, da haben wir natürlich die doppelte Fenderanzahl hingegeben. Ja, und wenn ich mich da drauflege, dann bin ich schon einmal safe. Ja, und alles andere kann ich dann ganz in Ruhe machen. Leine ausbringen, Böe abwarten und das Boot wieder festmachen. Ja, also das ist, da sollte drüber kommen, müsste ich wirklich einmal bei so viel Wind dann bitte ein Lebboot haben. Ich glaube, gute Charterfirmen werden dich auch dort hinweisen, weil sie schon ein Lebboot drüben hergerichtet haben. Ja. Jetzt zeige ich euch noch einen Fehler, der oft passiert. Ihr seht es, spiegelglatt, kein Wind. Jetzt wird es sagen, bei dem Manöver kann nicht schief gehen. Und schaut einmal ganz genau auf den Skipper, was er mit dem Ruder macht. Jetzt ist das Schiffkerzen gerade. Und zwar ganz zum Schluss. Schaut, jetzt fängt er mit dem Ruder an herumbewegen. Jetzt merkt er, er ist falsch. Jetzt schlagt er das Ruder ein und jetzt bremst er. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? So. Das Ruder war nicht gerade im Wasser und das war ein bisschen ein Kavalierstopp, sagen wir in Österreich dazu. Das heißt, ich habe zu stark abgebremst und da stehen zwei Leute, die quasi nichts zum Anhalten haben. Könnt ihr euch vorstellen, wenn das stärker ausfällt, ich fülle noch einmal zurück, da wird sehen, dass die zwei mit dem nicht gerechnet haben, dass das Boot so, also da kann dann schon jemand über Bord gehen. Also immer schauen, dass das Ruder auch gerade ist. So, jetzt kommen ein paar Tipps von uns. Wir haben immer gemerkt, beim Einparken, das Kipper ist hier und das Kipper schaut natürlich jetzt ganz genau, wo sind die 90 Grad, wo ist der Anker? Ja, aber seine Mannschaft ist natürlich so vorbereitet, die stehen natürlich hier schon mit den Leinen vorbereitet und eigentlich stehen sie im Weg. Das habe ich immer wieder gesehen, das Kipper sieht hier nicht vorbei und dann war das Manöver eigentlich nicht so, wie wir wollten und dann hat das Kipper gesagt, naja, gesehen habe ich nichts. Dann habe ich gesagt zu ihm, naja, das hilft ja nichts, wenn ich jetzt einen Schaden verursacht habe, dann muss ich halt sagen, bitte geh einen Schritt zurück. Und da kommt jetzt der Tipp. Wir lernen bei dem Skipper Training so, dass die Leinen, Männer oder Frauen immer einen Schritt zurück gehen und erst wenn das Boot kerzengrat steht, den letzten Schritt nach vor. Der Skipper hat alles im Überblick und das hat schon sehr, sehr viel geholfen. Der zweite Tipp, der kommt. Ich habe immer wieder gesehen, ich bin am Steg gestanden, ein Schiff kommt bei Wien herein und die Lehleine ist draußen. Und dann habe ich gehört, wie natürlich die Leute am Steg gesagt haben, ja ganz typisch, statt der Lufleine ist die Lehleine draußen. Dann habe ich mir überlegt, warum ist das denn eigentlich so? Warum sehr oft die Lehleine draußen ist? Und jetzt sage ich euch, zu welcher Lösung ich gekommen bin. Wenn das Boot jetzt da in die Box reinkommt und der Wind greift an, dann wird das Boot so schräg hereinfahren. Das heißt, der Bug ist schon in Leh und jetzt überlegt es einmal, hier wäre die Lufleine und hier ist die Lehleine. Wer wird denn als erster aussteigen können? Ich denke, alle wissen es, der steigt aus und welchen Job hat der gehabt? Seilleine. Also deswegen geht der raus und macht die Lehleine. Der kommt ja nicht raus. Und der zweite Tipp ist, wenn wir so reinfahren, sage ich den Leuten, der Erste, der aussteigt, macht immer die Lufleine. Der nimmt halt die Lehleine mit, lasst sie da liegen und nimmt von dem die Lufleine und macht die Lufleine. Also das sind so kleine Tipps, die wir bei den Manövern und bei den Trainings natürlich immer gemerkt haben. Und das hat einiges gebracht. So, jetzt wenn wir noch ablegen, dann sind wir schon fast durch. Ich hoffe, ihr haltet es noch durch, dann gibt es die Rabattcodes, auf die ihr hoffentlich schon wartet. Jetzt schaut das Ganze so aus. Ablegemanöver. Das erste Manöver, wo ihr wegfahrt vom Steak, da sollte nicht schief gehen. Ihr habt gerade das Boot eingekrampt. Alle Leute freuen sich auf die Bucht und aufs Abendessen und jetzt prescht ihr raus und habt die erste Muring. Das muss nicht sein. Jetzt zeige ich euch einen Ablauf, wie ihr das verhindern könnt. Ganz wichtig ist, das Erste, was ihr macht, ist, die Muring sind noch draußen, dass ich das Boot, also die Lehmuring können wir einmal ohne Motorleistung wegtun. Und wenn die absinkt, kann nichts in die Schiffschraube kommen, weil es läuft keine Schiffschraube. Jetzt mache ich folgendes, jetzt stabilisiere ich das Boot so, wie wir es gelernt haben und beobachten vorne, also da ist halt jemand vorne, der sagt, wann diese Muring sich entspannt. Das ist ganz wichtig. Jetzt entspannt sich die Muring. Jetzt weiß das Kipper hinten, aha, ich kann das Boot jetzt ohne diese Muring stabil halten. Fehler wäre, die Muring zu lösen, es ist Druck drauf und das Boot landet sofort hier im Leboot. und jetzt wird man diese Muring ins Wasser werfen, möglichst weit weg. Jetzt gibt es zwei Varianten. Es gibt Murings, die liegen am Boden, Pilotleinen, da ist die Pilotleine lang genug, da kann ich vorne ohne weit dass die Muring rein haben. Es gibt aber auch Murings, die sind ganz kurz, da ist die Pilotleine hier an der Bordwand, da würde ich aufpassen mit den reinwerfen, da würde ich hinten noch jemanden diese Pilotleine halten lassen und mit dem rausfahren die Pilotleine dann erst weg, damit die Pilotleine hier beim Absinken nicht in die Schiffschraube geht. Ich werde euch dann gleich sagen, warum es diese zwei Arten von Pilotleinen gibt. Jetzt kann ich die Muring lösen und jetzt brauche ich nur mehr stabilisieren, Leine los und ich fahre raus. Ich mache natürlich zuerst die Leine in Louv halten kann und da ist auch wichtig, ich kann am Anfang zwar das Gas drinnen lassen, was ich gebraucht habe, aber sofort auf Ruderfahrt zurück gehen. Ganz wichtig, jetzt gehe ich auf Ruderfahrt zurück, weil da vorne ist die Marina aus, da sind wahrscheinlich schon andere Schiffe und wenn ihr da raus zieht mit zwei Knoten ist auf der anderen Seite wahrscheinlich schon ein Backmanöver. Also das sind genau solche Dinge, die wir auch bei unseren Trainings immer wieder üben. Und jetzt wird quasi das Ruder einmal voll eingeschlagen, dann kommt ein 3 Sekunden Push, den Push mache ich, damit ich Drehung ins Boot kriege und nach diesem Push gehe ich wieder auf Leerlauf, dann dreht das Boot fast auf der Stelle und so habe ich eigentlich den Platz optimal genutzt und kann da wieder ausfahren. Jetzt schauen wir uns noch kurz zu den Moorings an. Also wenn ich jetzt so in die Runde frage, wer hat denn noch keinen Mooring gefangen? Also eigentlich sollte keiner aufzeigen. Aber das Mooring fangen ist mittlerweile kein Kavaliers Delikt mehr. Warum? Am Mooring kann zum Beispiel auch den Simmerring da gibt es einen Zink Protektor und einen Simmerring das ist ein Dichtungsring wenn der verletzt ist dann kommt Wasser in den Seel treibt dann muss das Schiff heraus dann setzt die Kaution los. Das heißt zu sagen den Tauer schmeißen wir zusammen das ist es nicht mehr. Also bitte Mooring fangen verhindern. Schaut es einmal das ist optimal die Pilotleine liegt am Boden das ist nicht optimal die Pilotleine ist hier am Schiff entlang jetzt werde ich fragen wie kann denn das passieren gibt es zwei Möglichkeiten ihr seid auf einem Platz wo kleine Schiffe stehen und jetzt kommt es mit der 50er ist natürlich die Pilotleine falsch dimensioniert aber die häufige Ursache ist im Frühjahr schauen sie so aus und im Herbst so die werden immer kürzer ihr wisst wahrscheinlich schon warum weil ihr jedes mal wenn eine Murin gefangen wird die zusammen geknotet also ich unterwegs sind die halt dann im Herbst schon relativ kurz gut jetzt zeige ich euch noch ein Manöver das wir bei über 30 Knoten probiert haben und zwar Einhand mit einer einzigen Brustleine also stellt euch vor ihr habt sehr sehr starken Uplanding Wind und ihr habt ganz eine kleine Crew dann kann man zum Beispiel da herfahren und gar nicht einmal so knapp an die Mole die Mittelspring ist vorbereitet und die wird jetzt nur hier auf diesem Poller wird eine Brustleine eine möglichst kurze Leine geworfen das ist der Matthäus der das fährt so die Leine ist da schon vorbereitet und ihr seht die Leine wird sofort dicht genommen fixiert und wenn hinten ein Kugelfänder drinnen ist dann wisst ihr schon was passieren wird der Wind wird vorne den Bug weg drücken der Kugelfänder macht hinten zu steht mit einer Leine hier am Steck und absolut perfekt man steht halt nicht kerzen gerade da das Schiff aber so kann man stehen bleiben und das üben wir meistens im Bund wenn wir mal so starken Wind haben dass wir in der Marina nicht trainieren dürfen so und jetzt habe ich zum Abschluss habe ich noch ein echtes Zuckerl wobei wer den Film nicht kennt nicht über den Skipper urteilen ich habe das selber gesehen wie schnell man in ein Blackout kommt schauen wir uns mal den Film an ich will da jetzt auch nicht neu mal klug erscheinen aber jede Charterfirma und Alin wenn du zuschaust dann tut das sicher das Herz weh also du siehst der ist hier zum Beispiel das ist römisch katholisch da sind die Anker draußen der ist natürlich da in der Ankerkette drin und ihr seht einen Bug mit einem Fender abzufändern es ist einmal schon sehr schwierig so was passiert er versucht das Schiff jetzt irgendwie zu drehen ihr seht es auf der anderen Seite schaut es auch nicht besser aus da ist natürlich der Anker schon herunten der ist natürlich für das Gelcoat nicht besonders gut und das Schlimme ist für den Skipper für den Armen alle schreien auf ihn alle von allen Schiffen der hat eigentlich die Kontrolle verloren und da kann ich euch in so einer Situation nur einen Tipp geben und schreibt euch das bitte auf wenn ihr in so einer Situation seid dann heißt das low speed is low damage wenn der Schiff hier steht dann kann man sich irgendwie mit Leinen verholen und dann passiert nichts aber ihr wer sehen man möchte da das Kipper mit sehr viel Gas aus der Situation raus und das ist leider ein Blackout so er fährt jetzt da quasi rückwärts noch einmal über den Anker drüber zwar ins nächste Schiff rein und was jetzt eigentlich so schlimm ist er möchte aus dieser Situation raus in dem er glaubt jetzt gibt er einfach Vollgas und das ist natürlich jetzt ein Riesenfehler ihr seht die Ankerkette bleibt da hängen jetzt zieht er den Anker raus vom anderen Schiff das ist jetzt die Ankerkette was ihr seht und was man auch lernt ist zum Beispiel wenn hier ein Gegner ist dann komme ich bei dem Gegner nur vorbei wenn ich zum Gegner hin lenke weil dann geht das Heck weg und da merkt wären ein paar Stunden Skippertraining wahrscheinlich schon angesagt gewesen ja und jetzt statt er weg lenkt er her und jetzt doschiert er natürlich da das Schiff jetzt wir ein bisschen vorspielen dann kommt er natürlich herein und jetzt geht es dann wirklich nicht mehr um die Schiffe sondern es geht auch um die Gesundheit der Leute und schaut statt man das Schiff hier stabilisiert gibt da jetzt Vollgas und schaut diese Passarella die köpft da fast diese Dirndl die da ja also ich will jetzt da nicht urteilen aber dass das was ihr da mitnehmt ist in solchen Situationen Low Speed is Low Damage lasst das Schiff einfach stehen ja dann bin ich mit meinem Vortrag auch schon zu Ende ich hoffe es war einiges Interessantes dabei und ihr könnt jetzt euch diesen Code abfotografieren und ihr könnt in den Shop gehen das ist www.blue-2.at slash shop und dort könnt diesen Code könnt ihr für alle Apps Skipper 360 was wir da gesehen haben die Filme einsetzen und die ersten 50 haben das also wer schnell ist hat diesen Code ja und vielleicht noch kurz zu unseren Skipper Trainings die Termine für die Skipper Trainings die findet auch auf blue-2.at slash Termine und da könnt ihr im Grunde ein Skipper Training aussuchen ein Cut Training wir haben FP2 Kurse FP3 Kurs gut dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend ich bleibe noch ein bisschen drin falls ihr noch Fragen habt ihr könnt mich auch gerne per Mail kontaktieren und danke an die Alin und Blue Charter dass ihr das auch an eure Kunden ausgeschickt habt und ich